Los geht's! Und hier, jetzt kommt das erstaunliche, diese Maschine wiegt ab und fertig, im Monat 3700 Gramm. Und um so ein Piloten zu sagen, wie er heute schon gesagt hat, sein arm ist Dennis Hestram, der kommt durch die Lok rein, der ist jetzt hier auch rein, der ist dann eine riesige Einführung in der Aufmerksamkeit. Und jetzt seht ihr den ganzen Piloten, der darf noch nicht ein Auto fahren, aber sowas darf er schon. Und das mag das lassen. Ich habe gesagt, man kann zeigen für die erste La-Ola-Welle, wo man kann den Arten dahinten, bei der Ruhrverfahren, da hinten kann ich auch einmal lachen, damit die Leute auch nicht probieren, wo wir es auch stehen sollen. Und jetzt kann man dahinten mit der La-Ola-Regale auskommen, das geht aus dem Fußballstadion. Einmal rum, und ich bin auch betrüft, ich bin schon. Ja! Jawoll, so geht es und dann geht es weiter. Immer lauter scheinbar, wenn man hingeht. Hoch mit den Armen, genau! Ich habe den Hausmeister versprochen, der auch in der Woche, die haben gedacht, das müssen wir jetzt auch tun. Jawoll, sehr schön, sehr schön sitzen. Vielen Dank! Vielen Dank für das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.